Der nächste Gegner auf dem Weg zum WM-Pokal heißt Frankreich. Im Viertelfinale wartete auf die deutschen Frauen ein echter Kracher. Weil alle anderen Favoriten schon vorzeitig ausgeschieden sind, gibt es gegen den Weltranglisten Dritten aus Frankreich bereits eine Art Endspiel. Betty aus dem Wildpark Schwarze Berge bei Hamburg hat sich an die Partie gewagt und für uns getippt. Unser Orakel muss sich ganz schön den Kopf zerbrechen, bevor sie sich für einen Gewinner entscheidet. Dann kann es aber losgehen. Betty tastet sich voran und entscheidet sich gegen den Willen ihres Ferkels Pauline für Frankreich. Obwohl Betty auf Leblöe getippt hat, ist die Hängebauchdame eigentlich der Deutschland-Fan. Auch ihre Ferkel stehen auf schwarz-rot-gold.